Hallo, ich habe gestern im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche auf dem Lindenhof einen Bibelabend gestaltet zu der Bibelstelle Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 5 bis 25. Ich möchte für alle, die vielleicht nicht dabei sein konnten, aber sich doch für diese Bibelstelle interessieren, einige Eindrücke und Informationen aus diesem Bibelabend weitergeben in diesem Video. Schauen wir zuerst, welchen Platz diese Bibelstelle im Ganzen der Apostelgeschichte hat. Sie sehen hier eine Einteilung, eine Gliederung der Apostelgeschichte in drei große Teile. Erstens die Gemeinde in Jerusalem, zweitens die Gemeinde in Judäa und Samaria und drittens die Gemeinde bis an die Enden der Erde. Das entspricht dem Auftrag, den Jesus, der Auferstandene, im Kapitel 1 der Apostelgeschichte gleich seinen Jüngern mitgibt, dass sie, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, seine Zeugen sein sollen in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Diesem Gliederungsschema sehen wir hier abgebildet. Im ersten Teil, die Gemeinde in Jerusalem, da geht es also um die Verheißungen des auferstandenen Herrn, um den Auftrag der Apostel für die Apostel vor der Himmelfahrt, um den Bericht der Himmelfahrt, um das Pfingstwunder und die erste Situation der jungen Gemeinde in Jerusalem, um die Heilung eines Lahmen durch Petrus und Johannes und auch erste Verfolgungen der Gemeinde. Dabei wird vor allem die Geschichte des Stephanus erzählt, der als einer der sieben, als einer der Diakone, die von den zwölf Aposteln eingesetzt werden, in Konflikt gerät mit den führenden Kreisen in Jerusalem und schließlich gesteinigt wird unter Zustimmung des Saulus. Danach kommt es zu einer Zerstreuung der Gemeinde. Sie zerstreut sich über Jerusalem hinaus. Die Apostel allerdings können in Jerusalem bleiben. Und hier kommen wir nun zu unserer Bibelstelle, der Dienst des Philippus in Samaria. Das ist der Blickpunkt dieser Betrachtung. Es ist eine Nebenhandlung im Ganzen der Apostelgeschichte, aber eine Nebenhandlung, bei der der Verfasser der Apostelgeschichte, Lukas, Gelegenheit hat, wichtige Anliegen deutlich zu machen. Betrachten wir nun die Bibelstelle. Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Ein Mann namens Simon hatte schon länger in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samarien in Staunen versetzt. Er gab sich als etwas Großes aus. Alle achteten auf ihn, klein und groß, und sie sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie achteten aber deshalb auf ihn, weil er sie lange Zeit durch Zaubereien in Staunen versetzt hatte. Als sie jedoch dem Philippus Glauben schenkten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündete, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Auch Simon wurde gläubig, ließ sich taufen und schloss sich dem Philippus an. Und als er die großen Zeichen und Machttaten sah, geriet er außer sich vor Staunen. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Geist verliehen wird, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sagte zu ihm, dein Silber fahre mit dir ins Verderben. Wenn du meinst, die Gabe Gottes, lass es sich für Geld kaufen. Du hast weder einen Anteil daran noch ein Recht darauf, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Wende dich von deiner Bosheit ab und bitte den Herrn, dass dir das Ansinnen deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe dich voll bitterer Galle und den Unrecht verstrickt. Da antwortete Simon, betet ihr für mich zum Herrn, damit mich nichts von dem trifft, was ihr gesagt habt. Nachdem sie so das Wort des Herrn bezeugt und verkündet hatten, machten sie sich auf den Weg zurück nach Jerusalem und verkündeten in vielen Dörfern der Samariter das Evangelium. Wir haben es also hier mit der ersten Grenzüberschreitung der Verkündigung des Evangeliums zu tun. Und auffällig ist, dass diese Überschreitung der Grenze von Jerusalem und Judäa durch die Boten des Evangeliums nicht einem selbst klug ausgedachten Plan entspringt, sondern dass sie einen Anstoß von außen braucht. Durch die Verfolgung, die nach dem Tod des Stephanus ausbrach, werden die Jünger weit zerstreut und kommen nach Samarien und darüber hinaus. Zugleich deutet Lukas damit natürlich etwas an, was das neue Gottesvolk in die Tradition des alten Gottesvolkes stellt. Denn auch für das alte Gottesvolk stellt ja die Zerstreuung unter die Völker, die Diaspora, ein wesentliches Merkmal dar. Philippus kommt also nun nach Samarien. Philippus wird hier gar nicht näher eingeführt. Er wird einfach mit seinem Namen genannt. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich nicht etwa um den Apostel Philippus handelt, sondern um den Philippus, der als einer aus dem Kreis der Sieben bezeichnet wird, als einer der Diakone, als einer derer, die die Zwölf eingesetzt hatten für den Dienst an den Tischen, damit die Witwen der Hellenisten nicht übergangen werden. Das ist deswegen naheliegend, weil von den Aposteln ja gesagt wird, dass sie trotz der Verfolgung in Jerusalem bleiben konnten, während die anderen über Jerusalem hinaus zerstreut wurden. Allerdings kam es schon in der Zeit der alten Kirche dann öfters auch zu Verwechslungen zwischen dem Diakon Philippus und dem Apostel Philippus. Die Landschaft von Samarien und ihre Bewohner haben für Lukas ja eine besondere Bedeutung. Während im Matthäus- und Markus-Evangelium von den Samaritanern eigentlich gar nicht die Rede ist, außer in der abwehrenden Bemerkung im Matthäus-Evangelium, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, sie sollen nicht in die Dörfer von Samaria und zu den Heiden gehen, sondern allein zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Im Unterschied dazu spielen die Samaritaner im Lukas-Evangelium eine wichtige und durchaus mit Sympathie besetzte Rolle. Vor allem entdecken wir das ja im Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner. Dasselbe gilt für das Johannes-Evangelium, wo Jesus selbst durch die Gegend von Samaria zieht und das große Gespräch mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen führt. Ja, wo sogar gesagt wird, dass er in dem Dorf dieser Frau Glauben findet, dass dort gewissermaßen eine erste Gemeinde auch entsteht. Trotzdem ist es eine Grenzüberschreitung, wenn das Evangelium nun zu den Samaritanern kommt. Denn sie galten nur im eingeschränkten Sinne als Juden. Sie galten als eine gemischte Bevölkerung, als eine synkretistische Gegend, in der das Judentum auch mit Elementen des Heidentums versetzt war. Dort findet die Botschaft des Philippus nun Aufnahme und Zuspruch. Und es wird betont, dass Philippus genau dasselbe tut, was schon Jesus tat und was die Apostel nach dem Pfingstereignis getan hatten. Er verkündet das Wort. Er wirkt als Exorzist aus Besessenen, fahren die unreinen Geister aus und er heilt Lahme und Verkrüppelte. Es ist dem Lukas ganz wichtig, dass hier eine klare Linie der Kontinuität von Jesus über die Apostel bis hin zu Verkündigern wie Philippus gezogen wird. Alle verkündigen dasselbe und tun dasselbe. Das wird nun hier verdeutlicht im Kontrast mit diesem Simon, der nun erwähnt wird. Simon, von dem gesagt wird, dass er Zauberei getrieben habe schon seit längerer Zeit. Er wird daher in der christlichen Tradition gewöhnlich als Simon Magus, Simon der Magier bezeichnet, Simon der Zauberer. Das Wort Zauberei, das hier verwendet wird, dafür steht ja im griechischen Magoio und es spielt an die Magoio. Das war schon in der Antike ein zweideutig gebrauchter Begriff. Die Magoio, die Magier waren zum einen Angehörige einer persisch-medischen Priesterkaste. Sie galten als besonders bewandert in allen weisheitlichen Fragen in der Beobachtung der Gestirne und von Vorzeichen. Sie waren geachtet wegen ihrer Weisheit. Aber oft wurde das Wort von der Magie auch in der Antike eher abwertend gebraucht. Im Sinne einer Form von Religiosität, die nicht legitim ist, auch im Sinne einer Scharlatanerie, dass viel versprochen wird und wenig gehalten. In der Bibel erscheint uns dieses Wort in einer positiven Bedeutung. Im zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums, wo von den Magiern aus dem Osten die Rede ist, die zu dem neugeborenen Kind in der Krippe ziehen. Im Deutschen dann meist übersetzt als Sterndeuter oder als Weise aus dem Osten. Hier wird die besondere Weisheit dieser Magoi vor Augen gestellt, während hier in der Apostelgeschichte der abwertende Gebrauch dieses Wortes im Vordergrund steht. Simon ist einer, der Zauberei getrieben hat. Von diesem Simon erfahren wir ja nur in diesen wenigen Versen aus der Apostelgeschichte. Nach dem Vers 25 kommt er dann überhaupt nicht mehr vor. Später allerdings in der frühchristlichen Apokryphen Literatur und überhaupt in der frühchristlichen Literatur spielt er eine große Rolle. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts wird der Kirchenschriftsteller Justin, Justin der Märtyrer, der in Rom schreibt, davon berichten, dass dieser Simon der Magier später nach Rom gekommen sei und dort viel Unheil angerichtet habe. Dass er zum Oberhaupt einer eigenen Sekte, einer eigenen Irrlehre geworden sei. Der Kirchenschriftsteller Irenaeus von Lyon, der gegen Ende des zweiten Jahrhunderts schreibt, nennt ihn sogar geradezu den Urheber aller Heresien, aller Irrlehren und Ketzereien. Und seit dieser Zeit, seit Irenaeus von Lyon, erscheint er auch als Urheber vor allem der gnostischen Irrlehren. Das ist in unserer Stelle hier aus der Apostelgeschichte noch nicht deutlich. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Gnosis sich erst im zweiten Jahrhundert entwickelt hat, sodass wir hier allenfalls im höchsten Fall von Vorformen der Gnosis reden könnten, die sich vielleicht vorsichtig andeuten durch die Bezeichnung, die hier für diesen Simon gewählt wird. Er gab sich als etwas Großes aus und die Leute nannten ihn die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Die späteren Kirchenschriftsteller sagen dann, dass dieser Simon sich selbst als ein göttliches Wesen ausgegeben habe. Dass er in Begleitung einer Frau namens Helena unterwegs war, die er den ersten Gedanken Gottes nannte, dass er in Rom in einen Art Wettstreit, charismatischen Wettstreit mit dem Apostel Petrus eingetreten sei. Das wird in den Apokryphen Petrus-Akten berichtet. Hier wird er in der Apostelgeschichte schlicht als ein Zauberer bezeichnet, als einer, der mit seinen Kunststücken die Menschen in Erstaunen setzt, wo aber an sich nichts Wesentliches dahinter ist. Für den Verfasser der Apostelgeschichte ist das eine willkommene Gelegenheit, eine Abgrenzung und Unterscheidung vorzunehmen zwischen Magie und echter Religiosität, zwischen Zauberei und Wundern, die aus dem Glauben herausgewirkt werden. Denn von außen betrachtet, konnte man beides ja durchaus verwechseln und kaum voneinander unterscheiden. Simon ist zunächst einmal hier fasziniert von dem, was Philippus tut. Er schließt sich ihm an und er lässt sich sogar taufen. Es fällt hier auf, dass er sich vor allem einer Person anschließt. Er schloss sich dem Philippus an. Das heißt, seine Bekehrung ist hier weniger als eine Bekehrung zu Jesus Christus verstanden, sondern als eine Faszination durch den Prediger, durch den Evangelisten Philippus. Ab Vers 14 ändert sich nun die Szene völlig. Hier kommen die Apostel aus Jerusalem ins Spiel. Petrus und Johannes. Übrigens die letzte Stelle in der Apostelgeschichte, in der der Apostel Johannes auftritt. Man hat oft vermutet, vielleicht zu Recht, dass das, was von Vers 14 bis Vers 25 geschrieben ist, eine eigene Überlieferungseinheit darstellt. Denn hier spielt Philippus ja überhaupt keine Rolle mehr. Hier geht es einzig um die Auseinandersetzung zwischen dem Simon, dem Magier und den Aposteln Petrus und Johannes. Hier spielt auch keine Rolle mehr, dass Simon der Magier bereits getauft ist. Man hat es hier eher den Eindruck, dass Petrus und Johannes es mit einem zu tun haben, der von der Taufe abgewiesen wird, der nicht zugelassen wird in die christliche Gemeinschaft. Das Auftreten des Petrus und Johannes wird zunächst einmal damit begründet, dass sie den Heiligen Geist, den Neugetauften, vermitteln durch ihre Handauflegung. Die meisten Bibelausleger verstehen das weniger in dem Sinne, dass in der frühen Christenheit Taufe und Geistübergabe zwei völlig getrennte Vorgänge gewesen wären. Im Allgemeinen gehört beides sehr eng zusammen. Wichtig ist aber hier, dass die Taufen des Philippus nicht als etwas dargestellt werden, was neben oder außerhalb der Gemeinschaft der Kirche steht, sondern dass sie gewissermaßen beglaubigt werden durch die Apostel aus Jerusalem, dass ihre Handauflegung ein wichtiges Zeichen der Bestätigung darstellt für diese erste Grenzüberschreitung der christlichen Missionen. Im Sinne des Lukas, der ja für Heidenchristen schreibt, ist das ein zentrales Anliegen. Er will seinen Zuhörern, seinen Lesern ja sagen, dass ihr Glaube als Heidenchristen, ihr Christsein auf einem festen Fundament steht. Das ist eine ganz klare Traditionslinie von den Aposteln über die Mission in Samarien bis zur Heidenmission dann durch den Paulus und in ihre eigene Gegenwart hinein gibt. Wenn Simon der Magier nun versucht, durch Geld die Vollmacht der Apostel selber zu erlangen, dann begegnen wir auch hier wieder einem Grundzug des Lukas in seinem Evangelium und vor allem in der Apostelgeschichte, dass nämlich alles, was mit Geld und Besitz hat, sehr kritisch betrachtet wird. Im Lukas-Evangelium sagt ja Jesus, keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Und in der Apostelgeschichte wird das dann wortwörtlich umgesetzt. Die erste Gemeinde in Jerusalem verzichtet auf ihren Besitz. Sie kommen zu den Aposteln und legen ihnen ihre Besitztümer zu Füßen. Und überall dort, wo ein Mensch besonders kritisch betrachtet ist in der Apostelgeschichte, wird immer auch betont, dass er auf eine falsche Weise mit Geld umgegangen ist. Das ist die Rede bei Judas, dann bei Ananias und Saphira, die ihren Besitz zurückgehalten hatten vor den Aposteln und dann bestraft werden. Und nun bei Simon, dem Magier, der Geld anbietet, um die Vollmacht der Apostel zu gewinnen, den Heiligen Geist weiterzugeben. Petrus wehrt sich dagegen mit einem sehr harten, zurückweisenden Wort, mit einer richtiggehenden Verfluchung des Simon. Indem er sagt, dein Silber fahre mit dir ins Verderben. Was Petrus sagt, scheint dann zwar noch einen kleinen Ausweg möglich zu machen. Immerhin sagt er ihm, dass es eine Möglichkeit der Umkehr für ihn gebe. Er fordert ihn auf zur Umkehr. Und Simon, der Magier, antwortet in einer sehr demütigen Weise, dass er die Apostel um ihre Fürbitte bittet, dass er gar nicht selber den Herrn bitten möchte, sondern dass die Apostel für ihn zum Herrn Jesus beten sollen. Auch hier wieder übrigens ein Zeichen dafür, dass dieser Simon Magus ganz auf die Verkündiger des Evangeliums bezogen ist. Dass sein Glaube nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus bedeutet, sondern nur eine Faszination durch die Boten des Evangeliums. Es wird nicht gesagt, ob diese Bekehrung des Simon Magus am Ende gelingt, ob er einen Weg zurückfindet. Die spätere christliche Literatur geht davon aus, dass dies nicht gelungen ist, dass er im Gegenteil zum Begründer einer Irrlehre, einer Sekte geworden ist, die für die erste Christenheit eine Zeit lang eine Konkurrenz darstellte. Warum erzählt uns nun der Evangelist Lukas diese Geschichte, diese Nebenhandlung zu den großen Geschichten der Apostelgeschichte? Er macht einiges damit deutlich. Zunächst einmal, die Ausbreitung des Evangeliums geschieht nicht nach einem klug ausgedachten Plan, sondern sie wird durch den Geist Gottes selber durchgesetzt und nach vorne getrieben. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, erscheint hier als eine sehr handfeste Kraft, als eine Kraft, die den Philippus treibt und ihm ermöglicht, Wunder zu tun. Später, nach der Taufe des äthiopischen Kämmerers, wird ja sogar erzählt, dass Philippus vom Geist entrückt wurde. Philippus ist also als Charismatiker gezeichnet, der ganz und gar vom Heiligen Geist Gottes geleitet wird. Zugleich wird deutlich gemacht, dieses Wirken des Heiligen Geistes bleibt gebunden an die Autorität der Apostel. Die Taufe des Philippus wird bestätigt und bekräftigt durch die Handauflegung der Apostel Petrus und Johannes. Beides gehört für die Apostelgeschichte zusammen. Das charismatische Wirken des Heiligen Geistes und die ausdrückliche Bestätigung durch die Gemeinschaft der Apostel. Der Verfasser der Apostelgeschichte betont den Unterschied zwischen christlichem Glauben und Magie, zwischen Wunder und Zauberei. Er betont, dass vor allem christliche Werte, christliche geistliche Güter nicht mit Geld zu kaufen sind, sondern er betont seine große Distanz zu allen Geldangelegenheiten. Und er macht deutlich, dass die junge Gemeinde sich abgrenzen musste, dass sie nicht jeden zur Taufe zulassen konnte, sondern dass sie klare Kriterien setzen musste, wer dabei sein konnte und wer außerhalb des Raums der Gemeinde stand. Philippus begegnet uns dann noch in der Fortsetzung dieser Geschichte bei der Taufe des äthiopischen Kämmerers und dann wieder ganz weit hinten in der Apostelgeschichte, als Paulus auf seiner dritten Missionsreise in Caesarea vorbeikommt und, wie es dort heißt, dem Philippus begegnet, der dort wohnt, zusammen mit seinen vier Töchtern, die prophetisch begabt sind. Die spätere christliche Tradition berichtet, dass Philippus dann weitergezogen sei von Caesarea nach Hierapolis in Phrygien im westlichen Kleinasien. Bei den Ausgrabungen in den letzten Jahrzehnten wurde dort in der Tat ein Mausoleum entdeckt mit einer Inschrift, die auf den Evangelisten Philippus hinweist. Dies war ein kleiner Einblick in den Bibelabend bei der ökumenischen Bibelwoche 2023. Auf Wiedersehen.